Beim Erstauftreten einer psychotischen Störung im Alter ist es auf jeden Fall wichtig, nach einer auslösenden Ursache zu suchen, die behandelbar ist. Im Alter treten wie auch bei jüngeren Betroffenen Psychosen aus dem schizophrenen Formkreis auf und sogenannte affektive Psychosen, das sind Depressionen und Manie. Die Ursachen sind unterschiedlich. Zum einen betreuen wir psychosekranke, ältere Menschen, die bereits seit vielen Jahren oder Jahrzehnten an einer affektiven oder schizophrenen Psychose leiden und die einfach älter geworden sind, sozusagen bei uns hineingewachsen in die Abteilung. Es gibt aber auch Erstmanifestationen, also das erste Auftreten psychotischer Symptome im fortgeschrittenen Alter, also jenseits der 65. Das ist für uns immer ein wichtiges Signal, dass wir abklären müssen, ob da eine hirnorganische oder andere körperliche Ursache im Hintergrund steht. Eine Durchblutungsstörung im Kopf, Hirntumor, entzündliche Prozesse, die man dann diagnostizieren und entsprechend auch gezielt therapieren kann, dann ist die Psychose im Idealfall auch weg. Auch da gilt, dass im Alter der ganze Stoffwechsel ein bisschen langsamer arbeitet als bei jüngeren Patienten. Das muss man berücksichtigen bei der Wahl der Psychopharmaka und bei der Dosierung. Im Prinzip sind es ähnliche Medikamente wie bei jüngeren Patienten. Auch hier versuchen wir, eine Kombination von vielen Präparaten zu vermeiden. Das heißt, wir versuchen es mit einer Monotherapie, ein Antidepressivum oder ein Antimanikum oder ein Antipsychotikum, was wir halt entsprechend niedrig dosiert, dann dem Patienten verabreichen. Verabreichen.